Hier haben wir Shoeys neuesten Sport- oder Touringhelm, den GT-R2. Dieser Helm ist eine verbesserte Version des originalen Shoei GT-R, der bei Fahrern sehr gut angekommen war. Der GT-R2 ist ein Helm geeignet für Touren, sportliches Fahren und auf dem Weg zur Arbeit. Das bedeutet, er passt gut mit den meisten Motorrädern auf der Straße zusammen. Der GT-R2 wird aus Shoeys AIM Plus Material gefertigt und das bedeutet, dass es vorwiegend aus Glasfaser hergestellt wird, aber auch mit organischen Fasern gemischt wurde. Das ergibt eine starke, aber leichte Schale. Die Belüftung wurde aufgerüstet beim GT-R2 und erlaubt jetzt einen besseren Luftfluss durch den Helm. Die rückseitige Entlüftung wurde am meisten verändert und es sind jetzt zwei immer offene Ventile über dem Heckspoiler. Das Visier dieses Helmes ist für Pinlock-Scheiben vorbereitet und das Pinlock wird in der Box gleich mitgeliefert. Das innere Sonnenvisier des GT-R2 wurde verbessert und geht jetzt noch tiefer für einen insgesamt besseren Schutz und der Nasenausschnitt wurde angepasst. Dieser Helm ist sehr leise und das ist das Ergebnis von Windkanal-Tests, des Visiers, der Belüftung und des Futters des GT-R2. Das innere Futter kann herausgenommen und gewaschen werden und ist antibakteriell, aber auch schnell trocknend. Die Wangenpolster haben auch ein Notfallentriegelungssystem. Der GT-R2 ist gerüstet für das Sena SRL-2 Kommunikationssystem und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut euch den GT-R2 auf championhelmets.com an.